enorm viel platz für zwei personen bietet die pedros giron 32 dank zweier sanitärbereiche sind dusche und toilette getrennt voneinander installiert neben zwei festen schlafplätzen als doppelbett können zwei weitere durch umbau der sitzgruppe geschaffen werden in der küche befinden sich kochherd und ein 80 liter kühlschrank fernseher mit dvd und ein cd radio gehören ebenfalls zur ausstattung die pedros giron 32